Groß, kraftvolles Design und komfortabel, der neue Citroën C5 Aircross Hybrid, das aktuelle Flaggschiff von Citroën, bringt frischen Wind ins SUV-Segment. Eine breite Frontpartie, Full-LED-Leuchten in zwei Ebenen und der ausdrucksstarke Kühlergrill geben die Identität der Marke wieder. Mit einer Länge von 4.500 mm fordert der C5 Aircross seinen Platz, gewährleistet aber zugleich ein großzügiges Platzangebot im Innenraum. Auf das Gefühl von gehobenem Komfort und Alltagstauglichkeit wurde Wert gelegt. Im Fond befinden sich hier drei individuell verstellbare Einzelsitze. Der großzügig bemessene Kofferraum variiert zwischen 580 bis 720 Liter und lässt sich bei zusammengeklappter zweiter Reihe auf 1630 Liter erweitern. Fahrassistenzsysteme der neuen Generation sorgen für erhöhte Sicherheit. Besonders erwähnenswert ist das Grip-Control-System mit Bergabfahrassistent. Verschiedenste Untergründe werden befahrbar und Schlittern oder Rutschen vermieden. Für noch mehr Effizienz und flüssigen Gangwechsel sorgt das neue Achtgang-Automatikgetriebe. Manuelles Schalten ist über die am Lenkrad befindlichen Schaltwippen möglich. Der Citroën C5 Aircross Hybrid ist das erste Plug-in-Hybrid-Modell von Citroën. Es kommt auf eine Systemleistung von 225 PS und kombiniert die Vorteile eines E-Autos mit denen eines Verbrennungsmotors. Im elektrischen Modus beträgt die Reichweite bis zu 55 Kilometern. Ideal, um emissionsfrei durch den Straßenverkehr zu kommen. Erhältlich ist der neue Citroën C5 Aircross Hybrid ab einem Listenpreis von 40.990 Euro. Das Autohaus Leb in Wels ist erster Ansprechpartner für den Verkauf von Citroën. Hier findet man speziell im SUV-Segment, wonach man sucht. Qualität und gute Beratung im stilvollen Ambiente ist hier durch das seit 1983 persönlich geführte Familienunternehmen gewährleistet.